Der Merkantilismus war das Wirtschaftssystem im Absolutismus. Insbesondere in Frankreich spielte er eine wichtige Rolle. Wie der Merkantilismus entstanden ist und wie er genau funktioniert hat, erfährst du in diesem Video. 1661 übernahm Ludwig XIV., der als ein Verfechter des Absolutismus galt, die Herrschaft in Frankreich. Dabei regierte der König völlig allein und ohne, dass seine Macht von anderen Institutionen kontrolliert werden konnte. Mit dem Absolutismus stiegen in Frankreich auch die Staatsausgaben immens an. Insbesondere die Armee war eine große Belastung für den Staatshaushalt, wodurch das Geld knapp wurde. Hier kommt er ins Spiel, Jean-Baptiste Colbert. Der Merkantilismus wurde zwar bereits im Mittelalter teilweise praktiziert, aber erst unter dem französischen Finanzminister Colbert wurde er völlig entfaltet. Das Ziel des Merkantilismus war es, die Staatseinnahmen deutlich zu steigern, um die Ausgaben weiter auf einem hohen Niveau halten zu können. Das oberste Ziel des Merkantilismus unter Colbert war eine aktive Außenhandelsbilanz. Schauen wir uns an, was damit genau gemeint ist. Rohstoffe sollten möglichst günstig aus dem Ausland nach Frankreich importiert werden, wo sie in Manufakturen verarbeitet wurden. Oftmals kamen die Rohstoffe aus den eigenen Kolonien. Anschließend sollten die fertigen Güter ins Ausland exportiert werden. Gleichzeitig sollte der Import von fertigen Waren sowie der Export von unverarbeiteten Rohstoffen unterbunden werden. Prägt euch dieses Schaubild genau ein. Soweit also die Theorie. Aber wie sah die Umsetzung dieses Ziels in der Praxis aus? Frankreich förderte und gründete zahlreiche Manufakturen, in denen die Waren gefertigt werden sollten. Zudem wurden Fachkräfte aus dem Ausland für die Arbeit in den französischen Manufakturen angeworben. Ein weiterer wichtiger Aspekt waren Investitionen in die Infrastruktur des Landes. Dazu wurden Kanäle für die Schifffahrt sowie Straßen gebaut, damit der Transport möglichst schnell und reibungslos ablaufen konnte. Außerdem investierte Frankreich stark in die Handelsflotte. Um einen florierenden Binnenmarkt zu schaffen, wurden Zölle innerhalb Frankreichs abgebaut. Der Import von Fertigwaren aus dem Ausland hingegen wurde durch hohe Zölle extrem erschwert und gleichzeitig der Import von Rohstoffen gezielt gefördert. Ihr solltet euch also merken, dass der Merkantilismus ein sehr vom Staat geprägtes Wirtschaftssystem war. Der Merkantilismus spielte aber nicht nur in Frankreich eine Rolle. So wurde er beispielsweise auch in England praktiziert. Hier wurde insbesondere die einheimische Wollindustrie gefördert. In Deutschland versuchte man mit dem Merkantilismus die Folgen des 30-jährigen Krieges zu bekämpfen. Was solltet ihr euch also merken? Der Merkantilismus wurde in Frankreich eingeführt, um die Staatseinnahmen zu steigern. Das Ziel war es, Rohstoffe möglichst günstig im Ausland einzukaufen, in Frankreich zu verarbeiten und teuer zu exportieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investierte Frankreich massiv in die Infrastruktur und lenkte die Wirtschaft durch gezielten Einsatz von Zöllen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. palabrahrabe Theo funktioniert schon einmal. Also wenn ihr es Leaders 3 dieses Jahres